da hooo ach ooo scheiße Gott sei Dank haben wir ein scheiß Fall schieben dabei Freefall die Karte gute Arbeit ihr zwei und jetzt verschwinde da wir sind schon längst weg und geschafft Ramos Laptop ist schwer beschädigt aber Norad konnte was finden er ist alle zwölf Stunden in Bewegung aber für die nächsten zwölf kennen wir seine Position ein schwimmender Industriekomplex im Golf besetzt von der Föderation sie nennen ihn den Freihafen es war Norads Fund und sie wollen ihn lebendig ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd ich koordiniere die Einheiten von Spector aus wird eine verdammt wilde Jagd fette Beute aber ihr wisst was zu tun ist wir sind mit 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 Ich prüfe das gerade. Bitte warten. Zehn Sekunden. Wir müssen auf diese Typen feuern können. Alles klar. Anker frei gegeben. 5-0. Wollen Sie 30 mm oder Raketen? Alles was Sie haben. Verstanden. 1-0 setzt 30er ein. Gut Jungs, suchen wir uns etwas Streit. Heilige Scheiße, das sind viele Ziele. Anker Scheiße. So. Ein Schuss vom Gebäude mit den Schornsteinen. Wiederhole, das Gebäude mit den Schornsteinen. Ja. Das Gebäude mit den Schornsteinen. Boah, Leute. Alter, was soll die Scheiße? Ich bin hier mit dir drin. Ich weiß doch gar nicht. Verreckt doch. Ja, komm, täuschkörper. Schön, dass er mich jetzt informiert darüber. Rein, rein. 1-1, 1-0. Ich drehe und darf und mache ein wenig Platz. Wow, Mann. 1-0 ist eine 30er mehr. Ich mache mich für Raketenabschluss bereit. Ja, wo sind denn die Gegner? Aber ich kriege auch den Deckel. Scheiße. Boah. Da ist noch immer feindliche Luftabwehr hinter den Schornsteinen. Ja. Schaffen Sie die? Roger, wir drehen beide für eine weitere Cyber. Äh, wo genau jetzt? Alter, ihr könnt mir doch nicht sagen, wohin. Ich weiß es nicht. Oder ich stecke es zumindest nicht. Ich weiß nicht. Da hinten. Da hinten. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Nein, 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 nein. Meid, 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 wir stützen ab. Alter, scheiße. Sorry, Leute. So, das hat sich. Alter, wie viele Flares haben wir denn? So, fliegen lässt sich ganz angenehm. Alter, zieh doch hoch. Ich weiß nicht, wie viele Raketen, wer waren die denn? Oh, du Scheiße. Wie wär's, wenn wir einfach ein Atombom hier drauf werfen? Da wissen wir, dass wir haben. Nein, nein, nein. Bei man Die Die Stirb, du Wixer. Die 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 Entfernung können sie gar keine Zieler so wir sind sonst vergessen das ist total scheiße sie haben uns erfasst zunächst einfach durchlegen ja könnt ihr euch mal beruhigen ja ich das kannst du nicht machen schon wieder achten ich habe gerade ein Problem mit euch ja weiß ich doch ihr müsst mir nicht sagen wenn ihr auch den Teuschkörper macht ich doch auch nicht Bäm der nächste bitte Uuuuuh uuuh okay da wir ziehen mehrere feindliche ziele stellung unter uns die machen wir weg die wollte ich weg machen alter oder hinten machen wir die netten kerle immer so hier noch aber noch ein paar freunde du willst auch schon sterben ja die nordseite muss erst mal hinkommen hochziehen ne 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 um keine zeit für so'n scheiß oh ihr werdet auch ausgelöscht so da hinten bitte da um jetzt auf einem auch du schlägst gestehen Alter Komm nur her Oh hier kommen jetzt welche Jawohl große Freie Halle sehr schön Komm das Einstieg zu aktivieren ja was ist der denn hinter mich gekommen und realistisch ne ich esse nix ne warum ja ja leute ja ja so ablenkung und jetzt los wer kann der barm erstmal hier und du auch du auch was haben wir hier ach gar nix schön alter geh weg nein 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 ich bin meine richtung alter er hat mich und jemand da hinten ja genau sollte vorsichtig sein ich weiß ich kann etwas sind bei kftg so wir sind wieder bei den Dosen sonst werde ich so nicht hinnehmen bam hattet hattet no problemo idiot ich nutze zu wenig granaten was mach doch mal was jetzt seid Ghosts ich geh außen rum wo schieße ich hin auf den Gegner alter er ist getroffen er ist getroffen nein er ist nur getroffen er ist nicht erledigt oh man kann wenn man mal hier mit einem Schuss ich bin mir die alle noch tot mit dem Magazin hier obwohl natürlich ich sehe gar nichts ach scheiße oh haben wir schon beim ersten Schuss wahrscheinlich gehabt hier 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 Okay, danke Leute, jetzt habt ihr mir auch mal geholfen. So, Junge, kiegen, alter. Alter, hör auf! So, die Hüfte ist schon mal weg. Dann ist gleich mal eine Hüfte-Pickhaufen. Ah, was ist denn nur? Alter! Ist mir eine Frau oder was? Nicht erst etwas dagegen. Aber doch irgendwie. Das ging doch schnell. Wir wussten nicht, scheiß Dinge hier. Also, alter Scheiße. Was geht denn bei euch? Nichts! Deckung! Oh, wow, wow, wow. So nett. Der Pistol ist irgendwie geil. Aua! Ja, so geil ist die. Nein, 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 nein. Gut gemacht, Mererick. Alter, was ist das für ein Ding? Wer ist hinter diesen Türen? Aufmachen Der wartet doch nur auf uns Es wird doch nix Das bezweifle ich leider Wir müssen in 30 Minuten weg sein Wir landen doch einfach hier in der Hammers Es gibt alte Stämme tief im Amazonas, die die Kunst der Folter jahrhundertelang perfektioniert haben Die Föderation hat dieses Erbe angenommen und mit moderneren Methoden verfeinert Sie sperrten Rourke monatelang in ein Loch und ernährten ihn mit einem Brei aus exotischen Pflanzengiften So schwächten sie seinen Körper und machten sich an seinem Verstand zu schaffen Danach nahmen sie sich seine Seele vor Was von ihm übrig war, haben sie für ihre Zwecke neu geschaffen Der Prozess war qualvoll und präzise Rourke war nun ihr Gust geworden Bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank.